Heute hat Minnesota gegen Philadelphia im US Open Cup mit 3-3 gespielt und Minnesota hat dann im Elfmeterschieß mit 7 zu 6 gewonnen. Tore hat Olung, Vene, vielleicht Tyler, Donato, Rosales, vielleicht Oli, Vene. Das zweite Mal hat Donovan vorlagig Terrasa machen das 2-1 und Wagner macht das 2-2. Vorlagig Torres, Oli, Vene, vielleicht Rosales. Und das Zeit ist ja ohnehin der 120 Minuten macht Wagner den Ausgleich wieder. Dann haben sie im Elfmeterschießen und hat dann Ariga und Real bei den Elfer nicht getroffen und Wagner hat dann genau ausgerechnet er, der noch zum Elfmeterschießen rettet, verschossen.